Ja, guten Morgen ihr Lieben. Ich muss euch gestehen, ich war ganz verwirrt letzte Woche, als ich erfahren hatte, dass ich einfach predigen könne, worauf ich Lust hätte. Ich predige jetzt seit 16 Jahren in dieser Gemeinde und das ist noch nie so gewesen. Es gab immer Predigtreihen und tolle Themen, die mir gestellt wurden und jetzt sollte ich einfach predigen, worüber ich Lust hatte. Also habe ich versucht, in mich zu gehen und mich zu orientieren und ich habe dafür dann eben Zuflucht im Kirchenjahr gesucht. Und tatsächlich, da gab es ja auch ein Match heute am 7. August, am 8. Sonntag nach Trinitatis. An diesem Sonntag im Kirchenjahr fragen die Christen immer wieder nach der Antwort des Menschen auf das Handeln Gottes in seinem Leben. Und diese Antwort des Menschen auf Gottes Handeln in seinem Leben erfordert nicht viel. Es ist eigentlich mehr so ein schlichtes Nichtverbergen dessen, was man geschenkt bekommen hat. Und deswegen habe ich mir gedacht, will ich mit euch heute einmal darüber nachsinnen, wo wir Früchte des Geistes zeigen, beziehungsweise worum es sich bei den Früchten überhaupt handeln, wie die zustande kommen. Also ein fruchtiges Sommerthema. Jetzt zählt Paulus natürlich neun Früchte des Geistes auf. Das ist also schon ein sportliches Programm heute. Von daher, ich will euch einfach ein Bild vor Augen malen. Lehnt euch entspannt zurück. Ihr müsst nicht jedes einzelne Ding verstehen. Wer möchte, wer möchte, der kann nachher... Ich habe ein Arbeitspapier erstellt für die Frucht des Geistes und kann euch nachher einfach meine Adresse geben. Und dann schicke ich euch das gerne zu und dann könnt ihr da zu Hause nochmal drüber nachsehen, drüber nacharbeiten. Ich will also über das Geschenk der heiligen Ruach sprechen, formerly known as der Heilige Geist, das uns in besonderer Weise hilft, Jesus nachzufolgen, das uns hilft, in sein Ebenbild verwandelt zu werden und von anderen Menschen auch als Christ wahrgenommen zu werden und auch als Christ ernst genommen zu werden. Darum geht es bei der Frucht des Geistes aus Galater 5, Vers 22. So, da habe ich mich zunächst gefragt, was ist eigentlich eine Frucht genau? Das wollte ich gerne wissen, habe es im Lexikon nachgeschlagen. Und die Frucht, das ist eine Gesamtheit der Organe, also der spezialisierten Funktionseinheiten, die aus einer Blüte hervorgehen und die die Samen bis zu deren Reife umschließen, heißt es da. So, da ein Organ zunächst einmal von der Wortbedeutung her also einfach nur ein Werkzeug ist, ein Hilfsmittel, um etwas zu bearbeiten, um ein Material zu gestalten, um ihm eine Form zu geben, geht es bei der Frucht also sozusagen um einen Werkzeugkoffer. Mit Werkzeugen, die uns helfen, den Samen sicher bis zur Reife zu bringen. Übertragen auf die Frucht des Geistes und auf unser geistliches Leben handelt es sich bei der Frucht des Geistes also um Charakterwerkzeuge, mit denen die heilige Ruach unser Wesen verändert, um schlussendlich den gereiften Samen des Evangeliums durch uns weiterzugeben. Denn das ist der Sinn von einer Frucht. Die Frucht dient der Verbreitung des Samens, aus dem diese Frucht entstanden ist. So, wenn Jesus jetzt also sagt, dass wir eine Frucht bringen werden, die bleibt, ja dann verfallen wir ja meistens so in tiefe Sorgen, wie wir das denn nun alles schaffen sollen, wie wir wir wirksam evangelisieren wollen, wie wir Menschen zu Jesus führen wollen, dann stellen wir mit dieser Betrachtung der Frucht fest, dass es zunächst einmal um solche Dinge, um solche Leistungen gar nicht geht. Es geht darum, dass in uns selber eine Frucht wächst, die den Samen des Evangeliums in uns beschützt und heranreifen lässt. Nun, wenn der Samen des Evangeliums dann in uns herangereift ist, dann wird er ausgesät, wie auch immer das dann passiert, das ist dann nochmal ein eigenes Thema, dann wird der Same ausgestreut, fasst Wurzeln in einem anderen Menschen und bringt dann dort eine Frucht hervor, die bleibt, die also den neuen Samen des Evangeliums wiederum in diesem anderen Menschen beschützt, bis er dort herangereift ist und dann wieder weitergegeben werden kann. Das heißt, ob und wie der Same in einem anderen Menschen Wurzeln fassen kann, ist zunächst einmal gar nicht unsere Angelegenheit. Wir sollen uns zunächst einmal darum kümmern, ob und wie in uns selbst eine Frucht von Gott wachsen und gedeihen kann. Diese Frucht des Geistes besteht aus neun Teilen. Und wenn man diese neun Teile in ihrer Gesamtheit betrachtet, die Liebe, die Freude, der Friede, die Langmut, die Freundlichkeit, die Güte, die Treue, die Sanftmut und die Enthaltsamkeit, dann sieht man, dass das alles zusammengenommen eigentlich das Wesen von Jesus ist. Das Wesen von Jesus, das die Frucht des Geistes widerspiegelt. Es geht bei der Frucht des Geistes um einen übernatürlichen Werkzeugkoffer, mit dem wir so umgestaltet werden, dass wir Jesus immer ähnlicher werden und der Samen der bedingungslosen Liebe Gottes in uns sicher heranreifen kann. Da es nun um Wachstum geht, will ich heute Morgen zunächst einmal auch kurz von den vier Wachstumsbedingungen einer Frucht sprechen und danach dann die neuen Teilfrüchte einzeln beleuchten beziehungsweise uns vor Augen malen. Paulus schildert im Brief an die Galater insgesamt, wie das Evangelium die frohmachende Botschaft von Jesus uns frei macht. Es geht darum, frei zu werden und er sagt, das Evangelium macht uns frei von aller Knechtschaft unter das Gesetz, also diesem Prinzip, tu das Richtige, sonst wirst du bestraft. Das Evangelium macht uns frei zu einem Leben, das Kindern Gottes entspricht und nicht zu einem Leben als Ledernackentruppen Gottes. Es ist ein Leben, in dem der Glaube in der Liebe tätig wird. Paulus sagt das in Galater 5, Vers 6, vor Jesus Christus ist es völlig gleich, ob wir beschnitten oder unbeschnitten sind. Bei ihm gilt allein der Glaube, der sich in selbstloser Liebe zeigt. Den zerstörerischen Werken der antigöttlichen menschlichen Art und diesem Leistungsglauben, das Gesetz könne es schon richten, stellt Paulus also die Frucht des Geistes gegenüber, die wir nicht aus uns heraus machen können und deren Wachstum in uns wir nicht durch Leistung beschleunigen können. Wenn du einmal darauf achtest, dass es tatsächlich ja um eine Frucht geht, dann merkst du ja auch, du kannst dich nicht hinstellen und so lange pressen, bis da irgendwas geschieht. Das ist völlig egal, wenn du das tust. Die Frucht wird keinen Zentimeter schneller wachsen. Im Fruchtbereich ist der Leistungsgedanke völlig nutzlos. Ja manchmal sogar kontraproduktiv, wenn man etwa an eine Überdüngung der Pflanzen denkt. Eine Überdüngung, ein zu viel Stress bringt die Pflanzen nur in den Tod. Das Leben im liebevollen Beziehungsnetz der heiligen Ruach verändert das Verhalten des Menschen von Grund auf durch die Frucht des Geistes, die in uns zu ihrer Zeit wächst. Biologisch gesehen ist eine Frucht das Ergebnis eines längeren Wachstums. Und Paulus macht deutlich, dass auch die Frucht des Geistes nicht durch besondere Kraft oder außergewöhnliche Geschehnisse, sondern durch kontinuierliche Entwicklung sich auszeichnet. Unter dem Sammelbegriff Frucht des Geistes zählt Paulus Begriffe auf, die Persönlichkeitsmerkmale beschreiben. Und zwar Persönlichkeitsmerkmale, die man sich nicht rasch aneignen kann. Man wird nicht von einem auf den anderen Tag plötzlich langmütig, sondern diese Dinge entwickeln sich langsam als Teil unserer eigenen Persönlichkeit. Das ist anders als bei den Geistesgaben. Frucht und Gaben des Geistes sind unterschiedliche, fast könnte man sagen, gegensätzliche Wirkungen. Die Frucht des Geistes entsteht wachstümlich, das Charisma wird geschenkt. Die Frucht ist kontinuierlich, das Charisma ist spontan. Die Frucht hat mehr mit dem Sein zu tun, die Charismen äußern sich im Reden und im Handeln. Um es mit einem Bild auszudrücken, die Frucht des Geistes gestaltet das menschliche Gefäß als Tempel der heiligen Ruach, während die Charismen dieses Gefäß füllen sollen. Bei der Frucht geht es um die Architektur des christlichen Lebens und bei den Gaben geht es sozusagen um die Innenarchitektur. Daher leuchtet ein, dass allein die Frucht des Geistes ein Kennzeichen dafür ist, in welchem Maße Christus in einem Menschen Gestalt gewonnen hat und nicht das Charisma. Das geistliche Wachstum hin zur Frucht des Geistes kann nur dann geschehen, wenn nun dafür die richtigen Wachstumsbeginnungen gegeben sind. Dafür gibt es einige Voraussetzungen, die wir an den biologischen Gesetzen für das Wachstum ablesen können. Und wir stellen uns die Frage, wie wächst denn nur eigentlich so eine Frucht? Na, da wird zunächst einmal ein Same gesät, aus dem dann die Frucht entstehen soll. Dieser Same, das sind wir selbst. Indem wir uns Jesus mit allem, was wir sind und haben, anvertrauen, mit unserer ganzen Persönlichkeit, säen wir den Samen. Und die erste Bedingung nun zum Wachstum ist, der Samen kann nur keimen, wenn er vorher abstirbt. Unsere Persönlichkeit ist nämlich schon gewachsen und damit auch durch die Sünde, durch die Umstände verhärtet. Und diese verhärtete, der Sünde verpflichtete Persönlichkeitsstruktur, die muss aufbrechen. Sie muss nicht zerbrechen, damit wir uns als Person auflösen, sondern sie muss aufbrechen. Das heißt, sie muss durchlässig werden für die Wachstumskräfte, die das Samenkorn umgeben. Das Neue Testament nennt das die Metanoia. Das neue Denken im Sinne eines neuen Bewusstseins, das den Menschen auf Christus ausrichtet und für die Wirkungen der heiligen Ruach öffnet. Die zweite Bedingung für das Wachstum ist, das geöffnete Samenkorn braucht dann auch die Erde, in die es versenkt ist. Ohne die umgebende Erde würde der Samen sofort vertrocknen oder vom Wind verweht werden. Und diese Erde, in die wir als Samenkorn eingesät werden, ist das Beziehungsnetz der heiligen Ruach, ist die konkrete Gemeinde, in die du gehst. Das sind die realen Menschen, mit denen du es da zu tun bekommst. Hier ist geistliche Gemeinschaft gefragt. Eine Gemeinde, die sich der Leib-Christi-Struktur verpflichtet weiß und zumindest in Ansätzen eine Gemeinschaft im Geben und im Nehmen lebt. Im Schutz einer solchen Gemeinschaft können die Kräfte des Keimlings wachsen und das entfalten, was in ihm steckt. Die dritte Bedingung für Wachstum nun ist, das Samenkorn kann nur wachsen, wenn es auch Nahrung erhält. Und diese Nahrung ist das Reden und Handeln Gottes, das uns auf ganz verschiedenen Ebenen erreichen kann. Es kommt uns aus der Bibel entgegen, wenn wir sie lesen oder hören. Es kommt uns aus unmittelbaren Impulsen und Kräften der heiligen Ruach entgegen, wenn wir uns in der Anbetung befinden oder in der persönlichen Stille. Und es kommt uns auch aus der Begegnung mit anderen Menschen, die im Glauben leben, entgegen. Und schließlich die vierte Bedingung für das Wachstum, bleibt der Samen im Boden verborgen, dann wird er irgendwann verfaulen. Deshalb muss er den Erdmantel irgendwann auch durchbrechen und sich den Kräften von Wind und Wetter aussetzen. Jesus spricht in diesem Zusammenhang dann von der Nachfolge, also vom Risiko, sich auf den eigenen Weg zu machen, der dem Willen Gottes und der persönlichen Berufung entspricht. Wer sich nicht Wind und Wetter aussetzt, der wird auch weder Sonne noch Regen bekommen. Und wenn der Mensch nicht in der Herausforderung des Lebens wächst, werden seine Wurzeln zu schwach bleiben, wie es in solchen Fällen bei der Pflanze ja auch geschieht. So kann sich die Frucht des Geistes nur dann entfalten, wenn der Einzelne nach seiner Grunderfahrung im Glauben konsequent weiter mit dem Wort Gottes lebt, sich den unmittelbaren Impulsen der heiligen Ruach öffnet und in einer konkreten geistlichen Gemeinschaft verankert ist und die Nachfolge Jesu in Familie, Beruf und Gesellschaft wagt. So, das sind die Voraussetzungen, die Bedingungen des Wachstums. Aber was soll und wird da denn nun im Einzelnen wachsen? Nach den Bedingungen des Wachstums, also jetzt noch einmal die einzelnen Teile der Frucht und auch das geht jetzt so mehr oder weniger schnell vorüber, aber ihr könnt euch das nachher in dem Arbeitspaper dann nochmal in aller Ruhe zu Gemüte führen. So, das erste Fruchtstückchen, das Jesus auf alle Fälle charakterisiert, ist natürlich die Liebe, die Agape. Jesu Liebe, diese Agape-Liebe gilt Menschen, an denen nichts Liebenswertes ist, sondern die durch ihre Ich-Bezogenheit von Natur aus blockiert und unfähig sind, Gottes Liebe zu erwidern. Und wer diese Liebe erfährt, dessen Herz wird geheilt, es wird wiederhergestellt. Und dann, daraufhin, wächst in deinem Herzen eine Kraft, die dich sogar ermächtigt, Feinden in dieser Haltung zu begegnen. Also Menschen, die eine unverdrossene Liebe nicht mit Gegenliebe, sondern im Gegenteil mit Hass und Schikane beantworten. Und nur diese, durch keine psychologischen Methoden oder Tricks produzierbare Liebe, ist der Motor für jeden fruchtbringenden, missionarischen und diakonischen Einsatz in der Welt. Die zweite Teilfrucht der heiligen Ruach ist dann die Freude. Schara, Schara ist keine Pseudofreude, die schnell verfliegt, es ist auch keine Schadenfreude, die das Leid der anderen braucht. Die Schara ist, so wie wir es an der Geschichte von Zachäus sehen können, eine überschäumende, eine gleichzeitig auch nüchtern klare Freude, die eine Reaktion auf das versöhnende, neuschaffende Eingreifen Gottes in dem eigenen Leben ist. Die Agape-Liebe von Jesus ist die Voraussetzung und die Ermöglichung von ungetrübter, vollkommener und unvergänglicher Schara-Freude. Die Schara ist die gestaltende Kraft der Gemeinschaft derjenigen, die das neue Leben in sich tragen. Diese Schara-Freude ist eine revolutionäre Kraft geradezu, die auch vor dem Leiden nicht kapitulieren muss. Und das, ihr Lieben, ist dann eine unmissverständliche Botschaft, die wir verbreiten. Auf Leiden mit Freude zu reagieren, ist nämlich einfach unmenschlich und bezeugt deswegen, dass etwas Göttliches in uns gewachsen ist. Die dritte Teilfrucht des Geistes ist der Frieden, die Irene. Diese Teilfrucht des Geistes weist besonders klar aus, dass es bei allem, was Gott wachsen und reifen lässt, nicht um erhöhte menschliche Qualitäten geht. Es geht nicht um geläuterte Tugenden, sondern es geht um etwas ganz Neues. Jesus sagt ausdrücklich, dass sein Kommen keinen brüchigen menschlichen Frieden bedeutet, sondern dass sein Friede nicht nach der Art dieser Welt ist. Was wir mit menschlichen Fähigkeiten hinbekommen können, ist günstigstenfalls vielleicht so ein ausbalancierter Waffenstillstand oder auch die Abwesenheit von offenem Streit, was ja leider oft genug in Wirklichkeit nur die Tarnung von tieferen Disharmonien und Konflikten ist. Und Gott will aber in diese Tiefe hineinkommen und alle Konfliktparteien von innen heraus befrieden, jeden Beteiligten zufriedenstellen. Gerade der friedlose Zwiespalt des Menschen mit sich selbst, aber auch der friedlose Zwiespalt zwischen den Menschen im Kleinen und Großen, der ist das Ziel der umwälzenden Liebe Gottes. Und wer sich von der heiligen Ruhe auch überführen lässt und seinen Unfrieden als Sünde bekennt, also als getrennt sein von dem, was man sich wirklich wünscht und braucht, der wird dann mit friedvoller Geborgenheit beschenkt. Und dann kann er diesen mit Jesu Kommen angebrochenen, alles umfassenden Frieden, den Shalom, wie es auf Hebräisch heißt, wirksam werden lassen und ihn dann auch als missionarische Energie glaubhaft in die Welt hineintragen. Punktuell wird so in dieser Welt, von der der Friede genommen ist, sichtbar, was einst die neue Welt einmal erfüllen wird. Das vierte Fruchtstückchen der Frucht des Geistes ist nun die Geduld, die Langmut, die Makrothymia. Thymos heißt Leidenschaft und das Verb Thymiao heißt Weihrauchopfer darbringen. Und das hat auch beides was mit dieser Frucht des Geistes zu tun, denn langmütige Liebe und liebende Langmut sind etwas anderes als so eine antrainierte, lässige Gelassenheit, hinter der sich ja meistens doch innere Unruhe verbirgt. Oder es ist auch was anderes als gutmütige Nachsicht. Wer den ewigen Gott nicht kennt, muss natürlich immer den Augenblick gewinnen und das sichtbar ergreifen. Er hat keinen ewigen, langen Atem, kein Durchhaltevermögen, und keine geduldige Tragkraft im Blick auf querköpfige, wunderliche Mitmenschen oder widrige Umstände. Gott will uns aber durch seinen Geist Anteil an seiner Langmut schenken. Die Makrothymia ist ein zur Umkehr führender Gnadenerweis Gottes. Wenn du dich also nach Bekehrungen sehnst, dann solltest du dich nach dieser Geistesfrucht ausstrecken, Geduld und Langmut. Geduld und Langmut sind eine missionarische Handlung in sich selbst, sind eine aktive Tat. Sie sind ein gestaltender Faktor der Gemeinschaft. Das fünfte Fruchtstückchen des Geistes ist Freundlichkeit. Die Freundlichkeit, die Gottes Geist wachsen lässt, hat eine zutiefst anstreckende, eine zutiefst anstreckende, beglückende Kraft, weil sie die frohe Botschaft der Gestalt gewordenen Liebe Gottes in Jesus ist. Sie reift durch Versagen hindurch, durch Umkehr, durch Dank, dann durch Lobpreis, dort, wo auch die Agape-Liebe ihre Heimstatt hat, nämlich in der Gemeinschaft der Versöhnten, die nicht so tun, als bräuchten sie keine Versöhnung, sondern die die Gemeinschaft der Zerbrochenen ist. Als Freundlichkeit gilt umgangssprachlich und in der Sozialpsychologie das wertschätzende und liebenswürdige verbale oder nonverbale Verhalten eines Menschen im Umgang mit seiner sozialen Umgebung. Freundlichkeit ist die Sprache, die der Stumme sprechen und der Taube hören kann. Eine Definition für Freundlichkeit, die mir gut gefällt, lautet Freundlichkeit heißt, die Arme ausstrecken und jemanden aufnehmen mit der Haltung, wie kann ich dazu beitragen, dass Gottes Wille in deinem Leben geschieht. Diese Definition beinhaltet sowohl das Ausstrecken nach Menschen, die ich kenne, als auch nach Menschen, die ich nicht kenne. Gott selber verlangt im Alten Testament aus zwei Gründen immer wieder, dass sein Volk Freundlichkeit zeigt. Zum einen, weil er sie seinem Volk gegenüber selber gezeigt hat, zum anderen aber auch, weil er sie immer wieder daran erinnert, dass sie selber einmal Gäste in einem fremden Land gewesen waren und somit die Nöte der Fremden eigentlich verstehen sollten. Liebt deshalb die Fremden, sagt er, weil ihr selber Fremde gewesen seid. Und ich frage mich immer wieder, was würde wohl innerhalb unserer Kirche passieren, wenn das Volk Gottes die Anweisungen, die Jesus sowohl den Gastgebern als auch den Gästen gegeben hat, uneingeschränkt befolgen würden. Die nächste Frucht in unserem Fruchtkorb ist die Güte, die Agathosynä. Die Güte als Teilfrucht des Geistes wird in Epheser 5, Vers 9 auch die Frucht des Lichts bezeichnet. Denn die Frucht des Lichts besteht in lauter Güte. Seitdem sich der ursprünglich sehr gut geschaffene Mensch gegen Gott aufgelehnt hat und damit Gottes Güte verspielte, ist es finster in ihm geworden, was die Bibel als zutiefst böse bezeichnet. Und die Bibel, sagt uns ganz klar, hält diesen Sündigen, diesen verfinsterten Menschen nicht für verbesserungsfähig. Aber sie hält ihn durch Gottes Geist für erneuerungswert. Und schon bevor der Mensch Gottes unermessliche Güte überhaupt erkennen konnte, hat Gott längst aus diesem Grund für ihn Taten vorgesehen, die die Qualität von Gottes Güte in sich tragen und die mit der Wiedergeburt und dem neuen Leben tatsächlich auch Realität in unserem Leben, in unserem Alltag werden. Der Nährgrund für das Fruchtbringen durch jede Art von guter Tat ist die erneuerte Gesinnung der Güte. Der Nächste wird mit hochherziger und großzügiger Freigebigkeit beschenkt. Und wenn Epheser 5, Vers 9 diese Teilfrucht des Geistes mit Gerechtigkeit und Wahrheit verbindet, dann kann auch das Missverständnis gar nicht aufkommen, die Frucht der Güte etwa so mit Lendenlarmer Gutmütigkeit zu verwechseln. Geistgeprägte Christen sind auf alle Fälle auch befähigt, in Liebe zu entlarven, was das Licht scheut. Denn Güte wäre da nicht mehr Güte, wo sie unwahrhaftig und unrecht sein sollte. Und Wahrhaftigkeit und Gerechtigkeit würden zu gesetzlicher Härte entarten, wenn sie die Liebe, die Agape, verleugnen würden, wenn sie also nicht mehr Gottes Güte bei sich hätten. Wie gut, dass wir als Jünger Jesu doch von diesem Zwang befreit sind, uns moralisch immer entrüsten zu müssen, moralisch entrüstet reagieren zu müssen. Wir brauchen nicht mehr das Böse mit Bösem heimzuzahlen, sondern wir können das Böse mit dem Tun des Guten überwinden. Der siebte Fruchtteil, der Frucht des Geistes, Vertrauen, Treue, Pistis. Das Wort, das ansonsten auch immer wieder mit Glaube übersetzt wird. Pistis wird von Paulus sowohl zur Frucht des Geistes gerechnet, als auch in 1. Korinther 12 und 13 zu den Gaben des Geistes. Und diese unterschiedliche Einordnung signalisiert auch einen unterschiedlichen Bedeutungsschwerpunkt. Bei der Geistesfrucht, Pistis, geht es um Treue. Es geht um Treue, die erst dem ermöglicht wird, der Jesus sein Leben anvertraut hat. Vertrauen fließt aus der Überwindung und Bereinigung des Urmisstrauens. Und dadurch hat Gott seine unbeirrbare Treue zu uns Treulosen bewiesen. Der Gekreuzigte und Auferstandene ist das Unterpfand für diese Treue, die hier in uns wachsen soll, die wir dann auch anderen gegenüber erweisen können. Die Pistis-Frucht begründet auch ein neues Verhältnis zwischen den einzelnen Gliedern in einer Gemeinde. Denn die Frucht der Treue ermöglicht es uns, in kindlicher Einfalt das Risiko wagenden Vertrauens und Gewinn der Treue trotz immer neuer Enttäuschung und Rückschlägen einzugehen. Wer einmal in den Abgrund seines eigenen bösen Herzens geschaut hat und dann aber noch mehr in den Abgrund der Barmherzigkeit Gottes, der kann sich nicht mehr über andere erheben. Er kann vergeben, wie ihm vergeben wurde. Und er kann im Vertrauen auf Gottes Agape auch anderen gegenüber in verbindlicher Zuverlässigkeit durchhalten. Das achte Fruchtstückchen, wir nähern uns dem Ende, das achte Fruchtstückchen ist die Sanftmut, Breithes. Diese Teilfrucht hat nichts zu tun mit frömmelnder Gefügigkeit, unterwürfiger Anpassung oder philosophischem Gleichmut. Im Gegenteil, die Sanftmut ist die seltene Kraft, den Reaktionsmechanismus von vergeltender Gewalt, anmaßender Rechthaberei, überheblichem Trotz und ungebrochener Selbstsucht aktiv zu überwinden. Sanftmut ist weder überlegen, gelassenes, noch gefühlig feiges hinnehmen, sondern Sanftmut ist aktives, beherztes Verhalten, das auf die Spielregeln von Vergeltung und Rechthaberei verzichtet und anstelle von Zwang und Zorn, Erbitterung und Gereiztheit leidende Liebe einsetzen kann als Siegeszeichen der kommenden neuen Welt Gottes. Nur wenn Sanftmut, wenn diese Frucht in uns gewachsen ist, dann können wir ohne Bitterkeit ermahnen, ohne Intoleranz diskutieren, die Wahrheit ohne Empörung ertragen, zornig sein ohne zu sündigen, sanftmütig und doch nicht schwach zu sein. Sanftmut ist die Einstellung, die Kritik zum Anreiz macht und nicht zu etwas Niederschmetterndem, zu einem Mittel, das neue Hoffnung weckt und nicht zu etwas, das verzweifeln lässt. Jesus selbst ist uns hier, wie in allen anderen Teilen auch, Vorbild. Jesus hatte das Recht und die Macht des Messias auf seiner Seite, aber er ist den Weg der Niedrigkeit gegangen. Er ist das Urbild und Vorbild für Sanftmut. Und weil Jesus uns, die Glaubenden, in sein Bild verwandelt, gibt er uns eben auch Anteil an seiner sanftmütigen Art. Wenn diese Frucht in uns gewachsen ist, dann können wir Sanftmut als Mittel zurechtbringender Liebe einsetzen, als überführende Barmherzigkeit gegenüber dem Anderen angesichts der Verführungskunst des Teufels. Das neunte und letzte Teilstück der Frucht des Geistes ist die Kraft zum Verzicht, was meistens mit Besonnenheit übersetzt wird. Das griechische Stammwort dieser letzten und schwersten neunten Weinbäre der Traube bedeutet aber eigentlich Herrschaft, bedeutet Macht. Jede nur negativ formulierende Übertragung wäre da im Ansatz schon verfehlt oder zu eng. Also wenn man von Enthaltsamkeit, von Abstinenz, von Askese, Fasten, Keuschheit spricht, das ist alles ein Teil davon, aber es ist irgendwie doch zu wenig. Bei diesem Wesenszug geistlicher Menschen ist Christus natürlich auch wieder das Urbild. Wir sehen, dass er in seiner Selbstbestimmung darauf verzichtete, Gott gleich zu sein. In freiem Verzicht auf himmlische Herrlichkeit und in freier Selbsthingabe nahm er aus Liebe zu uns Sündern den Tod auf sich. Und in der Frucht des Geistes lässt er im Leben der Glaubenden wachsen, was bei ihm selber Ausdruck tiefster Liebe war, die Freiheit, Eigenes nicht durchzusetzen. Diese Kraft zum Verzicht bewährt sich im Alltag als eine Grundstruktur eines Lebens mit Jesus. Ein Jünger Jesu denkt, redet und tut vieles neu, was ihm vorher irgendwie nie in den Sinn gekommen wäre. Und er kann auf vorher Unentbehrliches, aus Freude am Größeren verzichten. Seine Begierden sind unter der Kontrolle der heiligen Ruach. Und wir sehen im Neuen Testament, dass zeitweiliger Verzicht auf Essen und Trinken, auf Schlaf, auf normales Reden und Handeln, auf Betätigung der sexuellen Anlagen, auf Zerstreuung und Genusskonsum, dass diese Dinge immer wieder von Zeit zu Zeit wichtig sein können und unter Gebet ausgeübt werden sollen bei besonderen Versuchungen, bei Entscheidungen, die getroffen werden müssen, bei besonderen Kraftanstrengungen oder wenn man ein besonderes Hören, um rauszukriegen, was Gottes Willen in einer bestimmten Situation ist, praktiziert. So, wir haben es geschafft. Wir haben eine gewaltige Frucht vor uns, einen gewaltigen Fruchtkorb. Und da kann man sich ja nun leicht denken, oh mein Gott, wie soll ich das denn alles schaffen? Wie soll ich auf all das achten, ob es etwa schon irgendwo in mir wächst? Aber es ist hier auch, wie bei allen anderen Dingen des Glaubens, eigentlich ganz einfach. Schau auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, bete ihn an und lass den Rest dann einfach in aller Ruhe und Stille in dir wachsen. Nimm dir erst einmal nur ein einziges Fruchtstückchen vor, von dem du glaubst, dass du es in diesem Augenblick deines Lebens gut gebrauchen könntest. Und dann bitte die heilige Ruhe, diese Frucht in dir wachsen zu lassen und dann genieße die Zeit des Wachsens und des Reifens und geh erst nach einer gewissen Zeit über zum nächsten Fruchtstückchen. Dabei hoffe ich, kann dir das Arbeitspapier helfen, das ich dir gerne zur Verfügung stelle. Nach dem Gottesdienst gebe ich dir gerne meine Nummer, meine Adresse und dann schicke ich es dir zu. Das war es, was ich heute mit euch teilen wollte, ein fruchtiger Sommercocktail. Amen.